Mein Name ist Markus Sütterlin. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer des Fahrzeughauses Sütterlin in Freiburg in der Tullerstraße. Wir sind der regionale Ansprechpartner für die Marken Skoda und Honda. Seit Beginn von TV Südbaden bin ich regelmäßiger Zuschauer und Werbekunde. Die innovativen Aktionen und das lebendige Programm von TV Südbaden begeistern mich immer wieder. Daher kann ich TV Südbaden mit Überzeugung weiterempfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020